Ich hoffe, der verliert jetzt sein Stirnband nicht. Ordentlich um den Hals hängt, dann gehts eigentlich. Einen Moment. Ich muss erstmal das Seil einholen. Jetzt auch. Ja. Aber unten dürfen wir es dann nicht mehr. Eigentlich habt ihr da so viele Fragen. Aber du kannst ja auch mit der Ferne. Also hier. Ist aber ein Schliff. Mit dem Felden denkst du, woraus drückt man an Felden an. Aber wenn es ein Stück vorgeht, wenn es dann nicht vorgeht, dann denkst du, woraus drückt man. So ein TP ist eindeutig hinterlich vom Gledern. Vor allem solche unhandlichen. Ich glaube, das ist der größte Treffelfakt, der mit auf dem Event schon mal war. Und der Pass fährt nicht in die Dose rein. Ja, nicht der erste TP, der nicht in der Dose ist, sondern dann überhängt. So. 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 Der nächste, nimm den bitte wieder mit runter. Stirnband und Poppeskänk. 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 Ich nehme es mal an. Spätestens um 8 Uhr gehe ich dann hoch. In der Zweifahr musst du halt bis heute Abend warten, bis es abgebaut wird. Na, der macht sich doch gut da oben. Ich hoffe, der wird nicht weg.